jawohl erst mal den die weg gehockt hat er bis hin geht manchmal voll ich hab noch nicht ganz verstanden wann erwähnt ob er denn einfach den hock der arbeit ist weg das ding ist der chance wäre gut wenn derjenige der gehockt wird auch irgendwie aggro vom team kriegt oder so wenn er einfach nur gehockt wird ist halt useless dann ist er in deiner backline und wenn die keiner fokus zerstört er dann im backline und er macht halt absolut gar kein schaden der einzige fokus ist blitzkrieg selbst und der macht jetzt ein blitzkrieg 1 gegen 2 jetzt kommen wir gucken guckt ihr das an das bettel oben in der mitte obwohl er hockt ihn nein der garen kann spinnen kompletten ja 17 schaden macht er mit 36er junge kein problem alter könnt halten bogenschützen auf jeden fall rausnehmen weil mir weil der mir hat nicht zusätzlich springt du es spielt mit einem blitzkrieg dann fickt mich jetzt wahrscheinlich trotzdem ja nur über ich glaube sechs stück ja vor allen dingen hat er einfach eine übelst korreter drei nobel gerade da standen alle drin als völlig trotzdem weil du hast mehr items das ist ja lächerlich du bist lucky du hast auf dem show hat ja auch noch eine träne what the fuck überlege dem auch noch eine träne ich glaube dem gebe ich noch eine träne da hat er auch nobel waffe er hat nur zwei nobel ah ne jetzt hat er ne kale, die kale ist auch nobel ne jo wenn jetzt noch ne hol dir mal hol dir mal arne hol dir am besten ja du musst die kale nehmen warum das denn weil der andere auf kale geht du musst dir das einfach weg kaufen da wäre eklig für dich auf jeden ja du musst halt immer darauf gucken was die gegner auch oh oh leil Junge wie kann man so werfen ahne noch ne träne okay ich könnte mir schon mal ginsus machen das ist immer nur finde ich mit abstand immer noch das beste item ginsus? was kann das? ja 5% attack speed pro auto attack das ist halt so stark als ob ich das gewinne warte mal an ja ich find's das so krass er hat mich bei einer sekunde besiegt das ist ja wohl der größte Bedroh na Junge dieser Rek'Sai ist einfach so verpackt das ist ja schon wieder weg ich kann nichts aufs Feld packen eben war mein Rek'Sai aufm Feld jetzt ist der wieder weg ich hab ja selber konnte ich die Lulu nicht drauf packen jetzt aber so schon oder was ich raff das nicht äh das ist so verpackt alter mein Rek'Sai wird immer verunsichtbart ich kann den nicht umstellen ich kann den nicht anklicken du wieso ist Rek'Sai so verpackt in diesem Spiel man alles kann ich guck mal hier eingerahmt Rek'Sai einfach nicht auf wir go er hat trotzdem zerstört oder lol der Varus ja der misst nur auf meiner Tris ich mach dem keinen Schaden komm alter ein Attack Alter Junge, das ist aber wie kalk das die create of the channel time halt so 1000 jahre lang ist ey ho ich habe noch ein level 1 Starribus da auf meinem Feld rund Matt gable da k Ist einfach richtig useless Ja, kein Klons Junge, das war ja mal Oh, schiss, auf Wiedersehen Oh, der Dings ist raus Oh, nur noch wir beide, nein Ich rolle und rolle Oh, da ist er Einige Oh mein Gott, zack, der auch noch auf Level 3 Ja, okay Junge, ich habe auch seit 10 Jahren Gerollt und am kurz vor Ende Erst mal in Level 3 Dings gekriegt Hier, Kasadin Wir haben noch 2 Dravens für Level 3 Dravens gefehlt Oh man, ich will auch mal gewinnen Schade, Arne Er hat halt direkt 3 Niederlees gerollt Oder was, will er mich verarschen? Hat er am Anfang, war am Anfang ein Niederlees? Ne, ne? Welcher Typ ist das? Da Ne, da hat keiner Niederlees am Anfang gehabt Der hat 3 Items Moin, der hat 3 Items? Das miese Arschloch hat 3 Niederlees gerollt Und von beiden Minions am Anfang ein Item gedroppt gekriegt Wer ist das gewesen? Noch ein Item vom vierten Minion! Das ist die größte Frechheit Der hat echt schon ein Level 2 Niederlees und 4 Items? Ja, 3 Items, 1 hat er fallen gelassen Aber von, Moment, von 5 Minions hat er 3 Items bekommen So ein ekelhaftes Stück Dreck Ekel, Riven is on a win streak Ja, eigentlich auch mit dem größten Luck des Lottospielers, ey Ey, der hat echt noch 100er B Tja, ich hab mal einen Draven draufgestellt Zwei Items draufgeklatscht Und schon gewinne ich, oder was? What the fuck? Ja, das ist Draven Ich sag, das stimmt, Alter Der Champ ist auch unbalanced, das ist fuck Oh, ich werde jetzt nur verlieren Ich kann nichts mehr machen Ich krieg keine Champs Ich krieg nur noch dieselbe Scheiße vorgeschlagen Die keiner kaufen will Komm, komm, komm Was? Ey, das war so knapp, Heilige Junge, der Shugat war fast MVP, Alter Scheiße Oh, aber diese hässliche Karte So knapp, das war Oh, geil, jetzt bin ich raus Nice Oh, gut, okay Hat sich gelohnt Junge, ey, knapp, MVP, ey Dieser Hure, so ein ekelhaft Riven Ist einfach der größte Lacker, den ich in meinem Leben mehr gesehen habe Oh, gegen den spiele ich gerade Bist du schon gelieft? Junge, der hat mir zwei Der hat zwei Gnase, ey, der Wichser Oh, der Freeze Oh ja, immerhin nicht mein Draven Das ist gut Oh, der CC Oh, der Draven ist balanced Junge, ich hab Scheiße, Eagle Das ist ein balanceder Champion Junge, ich hab Phantom Dancer, ist so P, Alter Wieder gegen Eagle Riven Junge, wieso fokust mein Draven dann den hässlichen Golem? Das ist nicht so gut Das ist, ich glaub, ich bin raus jetzt Ja Okay, jetzt ist es vorbei Junge, es ist dann noch mehr, Alter Ach, Mann, ey Junge, ey Junge, so ein Spaß Oh mein Gott, ich hab grad zwei Spatenblas gekriegt What the fuck? Ich hab grad zwei Spatenblas aus den Dingern gekriegt Das hatte ich auch noch nie Ah, da bist du ja Hallo Na, lass mal rausfliegen jetzt gleich Junge, ich hab noch einen HP Ja, deine Backline chillt da hinten auch Ja, ich weiß Junge, na, was ist denn das? Oh, Junge, wie fett da ist Junge, die Ulz waren ja wohl die größte Scheiße, die ich jemals gesehen hab, Alter Alles auf den einen Garam, während die Backline da hinten Picknick macht, Alter Ja, dieses Spiel ist einfach Kotze Der Fokus ist ein Du musst einfach einen Griff mit dem Fokus haben, dann gewinnst du Wenn ich, dann nicht Boah, Alter, jetzt noch einen Draven, das wär krank, ey Ah, da, da, da Der Wichser, oh, Junge, ey Junge, warum fuckst du mich denn jetzt ab? Nein, weil ich schlechte Laune hab, hier Alles abfall Ja, Jan Baba wollte den haben Willst du denn etwa, dass Jan Baba gewinnt, oder was? Da ist mir schweißegal, wer gewinnt Irgendwann später Na egal, immer in Top 2 mit der größten Gülle kommt Oh, Moin Junge, du bist ja komplett zerstört, ey Junge, der Damage ist einfach viel zu krank Ja, ey, wo sind meine Jams hin? Die Backline steht einfach noch komplett Puh, wo ist mein Na? Junge, dieser Damage ist doch nicht normal Alles bei mir wurde one-shotted, alles Der ist meine Hyper-Tanks, ey, Hurensohn, Jan Baba, ey Willst du denn etwa, dass Jan Baba gewinnt, oder was? Das ist mir schweißegal, wer gewinnt Oh Gott, die MF-Fold, ja, deine Mutter Ja, die hat mich gerade auch fast zerstört, ey Ein komplettes Team ist einfach gerade draufgegangen, dadurch Junge, der Nah hat, der rastet aber aus, ey Junge, er verkloppt einfach alle Was ist das denn? Der Nah, er verprügelt sie Mein Schen ist AFK Ja, das passiert manchmal Ja, was für ein passiert manchmal, denn würde die klatschen Das Spiel ist so kotze Leute, die sind beide AFK Alle sind AFK Alle drei, Alter Nur dieses Spiel Jetzt kriege ich mehr Damage, weil er zwei da stehen hat Ich hätte beide gekillt, hundertprozentig Ja, das glaube ich auch Ey, so ein UpFuck, dieses Spiel, man Rito und diese Independent Game Company, ey Boah, die Pike Ult Boah, die Ult Ah! Wo ist mein Nah? Warum ist der da hinten? Hat der irgendwas gemacht? Ja, der wurde gefreezt Oh, da ist er wieder gefreezt Junge, wenn du das noch gewinnst Glaub nicht Die Freezes sind zu schlimm Naja, kann ich nicht gewinnen Wer ist auf das Dodge fällt? Komm jetzt nochmal Dodge fällt! Jawohl, aber er retter ja gleich raus einfach Obwohl er nimmt das mit Wieso nimmt er das denn mit? Digga, du! Oh, fast noch die erschickt Für die Schiffe von der Shyvana kriege ich ja nur den Schäppschifter-Buff Und kriege ich auch vom Swain Und wer ist da gerade geplatzt? Der Braumweg, wie das? Achso, Phantom Boah, die Pike Ult, ey Ja, Junge, der Damage vom Varus Der hat nur Guardian Angel Das krank Ja, der Drain Eben gerade gewinne ich achtmal hintereinander gegen ihn Und jetzt verliere ich alles, oder was? Oh, obwohl? Swain, Ult! Oh Gott, der Varus Oh, die Ult kam noch durch Ja, aber der Varus Der Varus ist viel zu stark Okay, man, boah, ich geh schon wieder weg einfach Also auch jetzt die Shen-Dodge-Dingens Oh, der Pike ist da mal gut Boah Boah, das war ne nette Ult Junge, ja, moin, alter Gehen wir gar nicht Ulten? Fahr nach Hause, Junge Ist doch lächerlich, ey Fahr in Harz, alter Fahr in Harz Junge Ist doch lächerlich, ey Hat er uns jetzt noch gewonnen? Ja, das war nur BM Nur BM, dass ich zweimal verloren hab Let's-A-Go